Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Super Mario 64 und wir sind stehen geblieben, da waren wir hier in dieser Uhr drin. Und ich habe folgendes Geheimnis endlich herausgelüftet und herausgefunden. Und zwar springe ich jetzt mal so... War das gut? Ich weiß es nicht. Und zwar heißt Viertelstunde, langsam, halbe Stunde, mittelschnell, Dreiviertelstunde, sehr schnell und äh... volle Stunde, das heißt, wenn der Zeiger auf 12 ist, ähm, kompletter Stopp. Alles angehalten. So, und jetzt habe ich mal auch schnell gemacht, damit wir... Weil wir müssen ja schnell nach oben kommen und dann dachte ich mir, mach ich mal ganz schnell. Warum auch nicht? Und jetzt sollten wir auf den Stomp-Twumpen... Oder? Stomp-On-The-Twump, genau. Auf den Stomp-Twumpen, hab ich gesagt? Auf den Stomp-Stompen. Stomp-Pumpen. Stomp-Pumpen. What ifa? Alter, das Ding ist wirklich schnell. Haha. Aber endlich habe ich das Geheimnis gelüftet und ich muss mich nicht weiter hinterfragen, was das so bedeuten hat. Und ich rede jetzt ganz so schnell. Äh, wo muss ich dafür jetzt hin? Ah, hab ich gesehen. Hahaha. Oh, oh, oh. Sieht aber noch relativ weit nach oben. Da muss ich ganz bestimmt nicht hin, sonst muss ich da hin. Oh, warte. Nicht Marios Sicht. Marios Perspektive ist blöd. Oh. So knapp. Äh. Es ist folgendes, ich drehe mich im Kreis und bin ich schuldig. Ach, oh Scheiße. Ah, die Geschwindigkeit gefällt mir schon mal. Ah, genau. Hier hatte ich ja Probleme hochzukommen, weil das so gehakt hat. Jetzt bleibt alles flüssig und ich kann ganz entspannt nicht da hochspringen. Warte, ist das nicht Timejump on the bars und so? Na klar ist es, dass ich Idiot. Ich muss ganz woanders hin. Nein, nicht ganz woanders, aber ein bisschen woanders. Auf jeden Fall muss ich da hin. Gut. Dann wird das geklärt und springen und springen und das Kamera drehen und springen und dahin springen. Und schnell hoch und dann nochmal springen. Rückwärts hoch und geschafft. Am besten alles sagen, was ich gerade mache. Dann wisst ihr auch Bescheid. Boah. Oh, jetzt habe ich Schiss. Jetzt kann alles passieren. Aber es wird nichts passieren. Jupp, 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 jupp. Danke. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hallo. Ah. Alter. Hmhm. Hmhm. Stomp on the Thomp, also, ja? Mein Tier. Ach du Scheiße. Das klingt auch, sieht auch spannend aus. Ja, es ist spannend. Wo bin ich gelandet? Hier. Geil. An meiner Lieblingsstelle, wie ich gerade herausgekommen habe. Ah. Uh. Nein. Scheiße. Wo muss ich jetzt noch hin? Nicht da hin. Gut zu wissen. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich es wieder. Ah, danke. Danke. Oh. Wieso ist der Kell denn so weit oben? Will er mich verarschen? Ich glaube, ja. Hä? Aber wofür ist auch... Das kann doch nicht einfach da sein. Ich finde das gerade ganz schön... Ach, das ist doch blöd gelaufen, Alter. Oh. Ich bin noch drauf. Ich bin noch drauf. Ich bin noch drauf. Nur im Leben? Nur ein Leben. Nur ein freaking Leben. Ich brauche doch kein Leben, ey. Jetzt lad mich auf. Das geht aber auch schneller, ne? Hä? Das hat geballert. Das hat ordentlich geballert. So, ich drohte... Nein, rote Münzen mache ich nicht. Ich will jetzt diesen Quatsch hier schaffen. Keine roten Münzen. Irgendwann muss es ja gemacht werden. Und ich will, dass es jetzt mal gemacht wird. Auf jeden Fall jetzt. Und nicht anders. Oh, und nicht wann anders. Um den Satz richtig zu formulieren. Ach, komm. Ich stirb am besten noch. Dann gebe ich dir ein Küsschen. Dann gebe ich dir ein Küsschen. Oh, 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 oh. Ups, mir geht's gut. I'm fine. I'm absolutely fine. I'm fine, ne? What do you do here? You must go on. Whoops. Hier ist aber dahin. Und hier ist dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Geil. Oh, oh. Das war jetzt ganz schön gewagt. Warum habe ich gerade nicht den Rückwärtsprung gemacht? Dann wäre ich sofort hier hochgelandet, aber egal. Da sind wahrscheinlich wieder nur Münzen drin. Nur in Anführungszeichen, weil die später vielleicht wichtig sein werden. Oh. Ich dachte, das kann schief laufen. Und das war auch schon fast so. Ach nö, ich bin schon wieder hier. Ich mag die Stelle nicht. Boah. Endlich. Endlich ein kleiner Dreiecke. Nichts ist cooler als Dreiecke. Nimm ich mit. Wie? Wow, lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße. Danke. Okay. Ups, ich soll doch noch auf den Stomp trompen. Auf den Turm stompen. Und ich nehme den Turm Stain bleiben. Super. Sag bloß, ich kann jetzt wieder... Doch nicht. Nicht ganz runter. Uh. Noch mal Glück gehabt. Ah, das Feuer. Ups. Danke für die wunderbare Rettung. Scheiße, ich bin wieder hier. Ach nö. Okay, jetzt habe ich es drauf. Acht Minuten sind vergangen. Ich habe noch keinen zigen Stern geholt. Uh. Uh. Ich bin der Beste. Uh. Uh. Fast runtergefallen. Uh. Wieder hier. Hoffentlich das genauso gut wie vorhin. Oh mein Gott. Jetzt einfach nur umdrehen. Gut. Einfach durch. Ach nö, nicht schon wieder Feuer. Wo bist du denn schon wieder, Zeiger? Ach nö, er ist mich wieder aufgeregt. Gut. Ist nicht mehr so. Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Hm. Hä? Warum? Hat Mario sich bewegt? Warum bewegst du dich denn? Das hat mich verwirrt. Dann habe ich Angst gekriegt und dann bin ich rausgefallen. Boah, danke. Der Zeiger rettet mich auch voll. So, nicht bewegen, bitte. So, du musst mich jetzt glücklich machen. Aua. Ich kann das nicht abschätzen. Hahaha. Vielleicht sollte ich es mit einem einfachen Sprung probieren. Nein, sollte ich nicht. Ah, geil. Wieso komme ich da nicht drauf? Ich mache es mit einem Rückkehrssprung. Ich glaube, das ist das sinnvollste. Zeiger, wo bist du? Ich habe nicht auf du auf du geräint. Das ist schon mal etwas. Wupf. Naja, praktisch. Theoretisch gesehen habe ich doch du auf du gerät. Aber egal. Juhu. Juhu. Endlich. Nur 10 Minuten. Yay. 10 Minuten. Geil. Dann war es das auch für diesen Part. Mario verabschiedet sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst und tüdelü. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 출annen Sieh insignhistorisches Krimz RJ- inười Konstante لuku. Dynamieren Sie sich bei dir!